Norddeutscher Rundfunk 2021 Versucht den Pasta, da ist die Chance Jetzt ist er Sie haben es versemmelt Versucht den Pasta durch die Gasse Der muss sitzen Das ist die Möglichkeit Gewechseln Und damit brauchen sie nur noch eins Also sie sind wieder dran Sie sind wieder zurück im Geschäft Nutze die Chance Gute Aktion des Torwarts Das war eine richtig starke Rettungstat Ganz hohes Kompliment An den Mann zwischen den Pfosten Schießt ihn aufs Tor Oh, voll die Lücke Der Ball ist angekommen Er könnte abziehen Sucht seinen Mitprobier Der Pfosten rettet den Torwart